In Wurz 2 Mal schauen kurz mal auf die Shopseite Ob dieses Spiel schon draußen ist Ja es ist schon draußen Und es hat eine Special Promotion Die am 3. Oktober endet Kostet 2,39 Bis dahin Danach kostet es wieder 3,99 Und Ja Kam auf Steam Greenlight durch Und hat Bewertungen die Oh krass, ganze 3 Bewertungen Positiv und eine negativ Wahnsinn Ok Krass All Languages negative Ach, Russisches Okay, don't starve Okay, sehr gut Ja Wir schauen mal ran, ne das ist GTA Falsches Spiel, so das ist das Richtige Das ist Lost in Woods Und wir laufen hier mit dieser Figur hier rum Sieht man das, quasi da Ist alles winzig klein Natürlich gibt es kein Interface Scaling Äh Ich glaube ich erwarte mittlerweile auch echt zu viel von Leuten Dass die sich so viel Mühe geben Äh, ich meine selbst Rollercoaster Tycoon 3 Scaled, aber gut Aha Ja egal Ähm Ja, wir können hier Bäume abbauen Früchte einsammeln Hier rumlaufen Die Welt wird dann aufgedeckt Über uns Aber irgendwie an dieser komischen Kante hier Und hier unten haben wir keine Kante Das ist alles sehr komisch Äh Ja Können hier diverse Sachen abbauen Und ich glaube dann daraus was craften oder so Aber Keine Ahnung Das hier schaut irgendwie so nach einem Level Ziel Stein Keine Ahnung Irgendwie sowas aus Und Alle zwei Sekunden Ich hab den Sound richtig runtergedreht Richtig krass runtergedreht Aber alle zwei Sekunden bellt so ein komischer Hund Verstehe ich auch nicht warum Der mega laut ist Wenn man das Spiel laut gestellt hat Ja Äh Äh Ja was machen wir jetzt hier Hm Weiß nicht Kann ich mal craft Können wir hier irgendwas craften Craft Back for things Okay man kann das verschieben Man kann nichts craften Oder Kann man Nein kann man nicht Oder ist wieder das Interface so gescaled dass ich Komisch Kein Fisch Okay Okay mit rechts kann ich was essen Oben links sieht man glaube ich irgendwelche Ausdauer Hunger Temperatur Wasser Hunger Leben Müdigkeit Oder was ist das Wahrscheinlich Müdigkeit Naja Wie auch immer Äh Ja also Ich hab grad Damage bekommen Ich seh mich nicht mehr Bin ich Da Hey Ich darf also nicht gegen Tiere stoßen oder was Ahja ok Von Tieren bekomm ich Damage Die über mich drüber laufen Macht Sinn Und die greifen mich auch nicht aktiv an Das ist ja gut zu wissen Ja also ich weiß auch nicht warum jemand Äh Dafür auf Steam Greenlight warten würde Aber es haben offensichtlich ein paar Leute getan Wieder mal genau vier Leute Haben sich soweit dafür interessiert dass sie das Spiel reviewt haben Äh was auf jeden Fall schon mal krass dafür spricht also Lecken am Arsch Jo Ähm Krass auf jeden Fall Also Äh Settings Kann man mal bei uns umstellen Ahja Lautstärke kann man sich umstellen In die Schuße Shadow on Krass Ne Also Danke fürs Zuschauen Ich hoffe ihr geht euch nicht dahin Nachdem ihr dieses Spiel gesehen habt Und Oder ran Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal meer flog 뭐 die ganz Bis zum nächsten Mal.